So, willkommen zurück zur Farmers Dynasty. Wir sind aktuell auf dem eigenen Hof bzw. den Hof, den wir vom Opa geerbt haben. Den Träger hatten wir in Folge 2 von Oliver bekommen, weil wir da eine Scheune repariert haben von ihm. Und in der letzten Folge haben wir unsere eigene Scheune repariert. Oh Gott. Und aktuell schaue ich mir das Wohnhaus vom toten Opa an, sprich mein Wohnhaus. Okay, wir haben eine Badewanne, wir haben, ist das eine Wäschemangel, zum Wasser ausringen, Wasserhahn gibt es. Nur ein Rad dran, also wird es wohl nur kaltes Wasser geben. Gut, gut, gut. So. Schauen wir mal weiter. Heizkürbis an der Wand. Hopp. Sieht aus wie die Wohn- Nein, Kinderzimmer, Babyzimmer, ein Gitterbett. Haben wir überhaupt Lampen? Ja. Ah, kann man das Licht einschalten? Hopp. Heee, es geht. Gut, wir machen erstmal überall Licht an. Lichtschalter suchen. So. So, ist Bad. Wo ist hier der Lichtschalter? Da. Leuchtest du? Jawohl. Oh, das sieht auch gleich mal viel heimlicher aus. Heimeliger. So. Hier, hopp. Geht. So, wo sind wir hier? Das müsste die Küche sein. Das ist zumindest so ein alter Küchenschrank. Kühlschrank. Oh Gott. Sechs Herdplatten für den Küchenofen. Das ist ein uralt Modell. So, naja gut. Hm. Spülbecken. Schrupper. Was gibt's hier noch? Dann geht's hier runter in den Keller. Hier auf der Attache vor sonst nichts weiter. Nein. Dann schauen wir mal runter. Licht an. Ne Schubkara. Geil. Altes Ölfass. Oh, was da ist ein saure Gurken? Und was sollen das sein? Äpfel. Das vielleicht Gletscher. Kohle. Äh, ist ja Heizungsofen nicht angeschlossen. Wow, wow, wow. Kann ich hier schon irgendwas erneuern? Nein. Oh, hier sind ja noch mehr. Ah, na da verhungern wir nicht. Ja, Opa war fleißig. Schön alles geordnet. Noch mehr Kohle in der Ecke. Vielleicht nicht ganz so praktisch ist, Essen und die Kohle im gleichen Raum zu verwahren. Gut. Ist hier noch eine extra Lampe? Hm. Was ist das für ein Rohr? Da bin ich mal gespannt, wie es oben aussieht. Ist das eine Lampe? Wo ist hier für das Schalter her? Jawohl. So. Ah, oben ist die Stube. Schick, schick. Ich war halt so schöne Tapeten. Hopp, kann man sich hier hinsetzen. Nicht so richtig. Und was ist jetzt das für ein Raum? Nochmal ein Schlafzimmer. Okay. Steckdose da unten. Balkon. Oder Terrasse. Das müsste Balkon sein. So. Gut. Haben wir schon mal das Wohnhaus gesehen. Da kann man ja auch schon ziemlich viel reparieren. Hier ging es rein, ja. So, wie das... Wie sieht das... Gott. Das Dach, das ist ja... Komplett im Arsch. So, was ist das jetzt hier? Das war eine Werkstatt. Wollte ich sagen. Hopp. Schubkacher. Dann geht es als nächstes... Ähm... Wollte ich sagen, eine Art Garage. Hier kann ich zumindest Benzin auffüllen. Garage und Werkstatt. Hopp. Hier geht es hoch. Und hier geht es hier rein. Die Tür habe ich hier gar nicht gesehen. So. Schauen wir mal hoch. Oh, das Dach aber schön. Stahlträger Konstruktion. Hier kann ich schön Meier spielen. Und was haben die hier hoch gepustet? So, das Getreide sein. Weizen. Erdnüsse. Keine Ahnung. Erdnüsse. Flips. Popcorn. Na gut. Schauen wir mal wieder rund her. So. Das ist die Hintertür zur Garage. Da kann ich schön durchfahren. Alles auf. So. Eine zweite kleine Garage zum durchfahren. Hopp. Oh, hier ist ein Loch. Ah, es wurden eine Härte Wildschweine durchgelaufen. So. Hm, hm, hm. Also hier kann man auch noch so einiges reparieren. Das war das Gewächshaus. Kann ich hier irgendwie was anpflanzen? Moment, gibt es hier eigentlich Licht drin? Licht, Licht, Licht. Lichtschalter. Nein. Schauen wir uns mal die Samen an. Oder Setzlinge. Ausgewählt. Keine Zucchini-Setzlinge. Gelagert Gewächshaus. Null Stück. Tomatensetzlinge. Okay, wir wählen mal Tomatensetzlinge aus. Wir haben zumindest zehn Stück. So. Er ist Tomaten. Warum ist das rot angezeigt? Komm, wir machen die gleich vorne an die Tür. Das sehen wir sie immer. So. Hopp. 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 So, mach mal. Komm, mach mal fünf. Hätten wir mal fünf ausgewählt. Zack. Und jetzt. Mehr will ich nicht. Zucchini-Setzlinge. Okay. Muss ich wohl benutzen. Na gut, dann machen wir die anderen fünf auch noch. Hopp. 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 So. Mehr haben wir nicht. Gibt es hier irgendwas zum Gießen? Hätten. So. So. Soll das Neonröhren sein? Öffnen, aktivieren. Ah, okay. So. Für die frische Luft. Wie kann ich die wieder schließen? So. 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 Machen wir hier mal lieber zu. Nicht, dass sie Zugluft bekommen. Ich weiß nicht, ob das gut ist oder schlecht. So. Hier waren wir ja vor uns schon drin. Eine Motor-Sense. Öffnen. Hier ist ein Fässer mit... Weiß ich nicht, was lagert man an Fässern? Äpfel? Ähm. Ach, das war der Kuhstall. Dann wird das hier die Milchpumpspeicheranlage vielleicht sein. So. Auch dunkel hier drin. Gibt hier keine Lichtschalter. Hopp. Mh, mh, mh. Buchten für die Kühe. Hopp. Und hopp. So. Schauen wir mal hoch. Hopp. Hier oben wird das Heu gelagert. Vielleicht auch Stroh. Was Heu zum Fressen ist. Stroh zum Liegen. Hier kann man es dann runterwerfen. Perfekt. Müsste es doch hier irgendwo einen Laden geben. Wo ich das Heu hochwerfen tue. Ich habe das doch nicht zur Treppe hochgebracht, oder? Bin ich seitlich irgendwo in den Laden? Eine Tür? Irgendwas? Nein. Gut, müssen wir von außen mal schauen, dann. Äh. Mehr gibt es hier glaube ich nicht im Kuhstall. Was ist das? Könnte für die Hühner sein. Hühnerstall. Hühnerstall, jawohl. So, Moment, da gucken wir nochmal hier. Wird nicht speziell hingewiesen, dass es ein Kuhstall ist. Bis auf das Symbol. Also muss ich näher rangehen. Scheune. Deine Tiere leben hier. Halsgebäude in Ordnung so, dass dein Vieh gesund bleibt. Besitz 0. Heu gelagert 1000 Kilo. Hühnerfutter, 100 Kilo. Okay. Schauen wir mal. Also. Eingang. Erwachsene Blumen schon drin. Was ist das? Ein paar Sitzstangen, wo sie in der Nacht schlafen. Oh, ganz viele Hühnernester. Können die überhaupt so hoch springen hier? Auf die dritte Etage oben. So, Eier legen. Oh Mensch, wie viele Nester haben denn die hier? Das ist ja der Wahnsinn. So, ab. Dann geht's hier raus. Schick, hier sind ein paar Klappen, dass sie auch selber rein und raus gehen können. Dass ich nicht die große Tür auflassen muss. Hier, riesen Loch im Zaun. Dann schauen wir noch mal ums Wohnhaus außen rum. Ein Brunnen. Sonnenschirm, eine kleine Sitzecke. Achso, sogar ein Spielplatz hier. Hey. Auf der Rutsche will ich nicht rutschen. Aua. Sandkasten, Wippe. Wipp, Wipp, Wipp. So, Schaukel. Die sieht auch nicht mehr so ganz neu aus. Gut, Opa hat lange nichts gemacht hier. Müsste ich nur wissen, wie groß mein Grundstück ist. Das ist ja klar, hier ist Zaun rum. Aber für's Gewächshaus ist ja nicht erschienen, nochmal ein extra Zaun. Kann man hier irgendwo heranzoomen? Trotz die Maus benutzen, jawohl. Was ist das? Warum ist hier ein Sternchen? Alte Maschine, Mähwerk. Rede mit den Fremden. Klara, dir fällt eine Frau auf ihrem Hof auf. Vielleicht wäre es nett, mal Hallo zu sagen. Flug und 500 Punkte. Da kriege ich einen Flug. Belohnung 200. Oh Gott, wie groß ist das? Was gibt's denn hier noch? Gehe in die Kirche? Nein. Ort zum Entspannen. Fahrzeughändler. Tankstelle. Kirche. Ort zum Entspannen. Agrarfachgeschäft. Agrarmarkt. Fahrzeughändler. Tankstelle. Bahnhof. Noch eine Kirche. Was ist denn hier los? Hauptplatz. Oh Gott, oh Gott. Okay, dann schaue ich erstmal, was hier an dem Ort los ist. Das ist einfach nur mein Hof. Und ich soll in den Pavillon rein. Soll ich hier irgendwas machen? La 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 la. Gut. Achso, erneuere deinen Hof komplett. Du scheiße. Dann muss ich ja alles machen. Sehe ich irgendwo die Uhrzeit? Nein, sehe ich natürlich nicht. Okay, dann würde ich sagen, ich fange mit dem Hühnerstall an. Hopp, 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 hopp. Ja. Machen wir mal mit dem Hühnerstall. Nein. Doch. Doch. Reparieren. Wir nageln hier Zaun dran. Maschendrahtzaun. Na, komm, greif zu. Na, komm, und nochmal. Hopp. Zack und zack. Hopp. Jetzt Zaun, Hilfe, Hilfe, Zaun, Zaun, Zaun. Der ist ja auch kaputt. Achso, den. Muss ich ein bisschen von Rost befreien. So. Er glänzt ja jetzt wie neu. Zack. Zack. Na, das war es schon hier. Hopp, mir fehlt wieder was. Na, komm. Na, komm. Tacker, das Ding fest. Noch was? Okay, dann machen wir von außen gleich noch ein paar Holzbretter dran. Und, das war's. Hopp, dann weiter. Zack. Zack. So, so, so. Tor reparieren. So. Und dann würde ich sagen, beenden wir auch wieder diese Folge. Na, zumachen. Ich beichere mal schnell hier. Und ich sage Tschüss und ciao. Bis zur nächsten Folge. Dann wieder mit, ähm, Farmers Dynasty. Ja. Early Access. Bye, bye.